Hey Leute, Heimkino-Update Part 5. Also heute sind es 32 Grad draußen und ja, ich habe nichts gemacht. Ich war aber beim Friseur nach acht Jahren, habe mir die Seiten schön kurz schneiden lassen, damit ich oben wachsen lassen kann. Hatte ich ja schon angekündigt, dass ich hier oben meine Haare wachsen lassen wollte. Ja, sind ein paar graue Haare bei, die hat er mir schön weggemacht. Ja, ein paar sind noch hier oben. Dafür sind aber noch ein paar Klamotten gekommen für mein Heimkino. Aber erstmal, was meint er? Sieht gut aus mit der Friseur? Oder nicht? Schreibt es mal in die Kommentare, was so ein hässlicher Vogel ich bin. Ja, was ist heute gekommen? Ich habe mir erstmal eine Verteilerdose bestellt, weil ich wollte gerne hier Stromkabel reinlegen und Steckdosen machen. Und dass ich da immer mal irgendwie dran kann. Wenn ich nochmal was ändern möchte, habe ich mir so eine Dose bestellt. Die kommt dann hier rein und da führe ich die ganzen Kabel zueinander. Und ich hatte ja schon gesagt, ich brauche auch hier irgendwie eine Kabeldurchführung von der einen Seite zur anderen. Und da habe ich mir diese Kabeldurchführungsdosen organisiert. Zwei Stück, kommt auf jeder Seite eine. Und dann kann ich da meine Boxenkabel, Verlängerungskabel oder was auch immer durchziehen. Ja, ich verlinke die Sache mal. Ich weiß nicht, ob das interessant ist, aber auf meinem Profil, da ist ja ein Link. Und da seht ihr sowieso alle Sachen, die ich relevant fand. Und habe sie da verlinkt. Für die, die wissen wollen, wo ich war und aus der Nähe kommen, ich war in Hörde bei Brüder Style 1. Kann ich euch nur empfehlen, werde ich mal hier unten auch verlinken. Die haben auf jeden Fall auch einen TikTok-Kanal.